So, weiter kann es gehen in meinem Let's Play Final Fantasy 13, in dem wir hier Lightning folgen, die mal wieder einem Gegner im Auge hat. Bei so vielen Gegnern muss ich immer gut auf meine Gesundheit achten, auch wenn ich Lightning dabei habe, die ganz viel auf einmal erleben kann. Letztes, letztes, letztes. Der Kampf hat nicht mal eine Minute gedauert. Okay, das passt mir. Bin ich zu komplett einverstanden. Ganz ehrlich. Halt, da bin ich hergekommen. Das heißt, ich muss da lang, da sind wieder See Mauern. Da gibt es das sowieso abgeriegelt. Monster! Monster Mist, Monster Mist. Schon wieder so einer. Das tut vielleicht weh, weil sie das entgangen ist. Monster Mist, Monster Mist. Heil mich schnell. Jetzt komm. Heil mich doch mal, bitte. Nein, heil sich selber, Lightning. Gut, gut. Schnell wechseln. Schnell wechseln. Mach hin, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Lightning greif an, Lightning greif an. Lightning, der ist bei 90%. Ich meine, ich kenne diese Gegner jetzt nicht von diesem Spiel, aber es gibt es ja auch schon in einem anderen Spiel. Deswegen kenne ich sie. Und ich weiß noch ganz genau, wenn die Energie bei 90 bei 100% ist, bestätigt die höchste Gefahr, dass du gleich droht bist auf 100%. Und ich weiß, dass das sehr viel mir Schaden nimmt. Und deswegen bin ich auch nicht immer so froh, wenn ich gegen die Köpfen darf. No, no, no. Ich muss auf meine Gesundheit von Hope achten, aber die greifen meint nur Lightning an. Das ist gut. Das ist super gut. Also diese Kämpfe rauszuschneiden, finde ich doof, weil die sind so schnell vorbei. Das lohnt sich, die einfach reinzutun. Aber die Kämpfe mit Serge und Vanille, die dauern immer Stunden, weil die nicht so gut sind. Und das dauert immer echt Stunden. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, Lightning stirbt mir jetzt weg. Und deswegen habe ich die jetzt einfach gesprungen und die lasse ich jetzt da. Ich meine, das ist ja kein Verlust. Wenn man jetzt mal nicht keine Kämpfe sieht, ist ja egal. Weil wer das Spiel selber spielt, tut ja, dass er das alles miterleben, wie oft er kämpfen darf. Da ist nichts, also jetzt kannst du hier weitergehen. Nein. Ja, genau. Renn auf mich zu, du scheiß Ding. Ja, ja, greif alle weiteren Lightning an. Kampfgebrüll. Hüpf. Da ist diese Schutzhilfe jetzt auch nicht mehr viel. Egal. Greifen wir an. Reiting, ich hoffe, du machst Rundumschlag. Aber nicht bei einem Gegner. Egal. Ich muss auf Lightning achten. Ich muss jetzt ein bisschen sich heilen lassen. Heil dich auch bitte selber. Nicht nur mich. Ich bin immer viel zu stark für dieses Monster, was ich gerade bekämpfe. Dass ich es gar nicht mehr schaffe, in den Schockzustand zu kommen. Okay. Da ist nichts, also geht's hier weiter. Nein. Da kommt noch keine Wimsequenz. Mein Gott. Wenn ja alles so gleich auszieht. Oh, ich bin immer die falsche Taste. Ich bin immer die falsche Taste. Okay, verheirer. Okay. 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 Was kann man bei dir noch Neues machen? Bei dir mache ich wieder Verheerer neu. Dass du vielleicht da auch bald auf Stufe 2 bist. Ja. Das ist okay. Kämpfen wir gegen den nächsten Monster, das mich nicht froh macht. Au! Leute, ihr kämpft gegen den falschen Gegner. Ich habe dich zurück. Aua. Kampf neu beginnen. Verflixt. Und das habe ich jetzt in meiner Aufnahme drauf. Okay. Wir machen es jetzt so, wir kämpfen zuerst gegen das große Vieh. Lightning, heil mich. Bitte, 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 bitte. Lightning, heil mich nochmal. Lightning, heil mich. Lightning. Heil mich, Lightning. Danke. Greifen wir das größte Ding noch wieder an. Los, mach hin. Lightning, helf mir. Helf mit, Lightning. Gut. Mist. Mist. Ja, danke. Oh, meine Team Nuppen sind weg. Weiter geht der Kampf im nächsten Teil. Bis dahin. Ciao. Ciao.